Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalterschaft fortsetzen können. Und wir wollen uns erinnern, dass wir das Thema begonnen haben mit dem Bibeltext, den Jesus sagt in Lukas Kapitel 14, Abvers 26. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein Eigenleben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sitzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er es habe, hinausführen? Auf dass das nicht, wo er den Grund gelegt hat und kann es nicht hinausführen, alle, die es sehen, fangen an, sein zu spotten. Und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht hinausführen. Oder welcher König will sich begeben in einen Streit wie der einen anderen König und sitzt nicht zuvor und ratschlägt, ob er könne mit zehntausend begegnen dem, der über ihn kommt, mit zwanzigtausend. Wo nicht, so schickt er Botschaft, wenn er jener noch ferner ist und bittet um Frieden. Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt, allem, das er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das bedeutet, dass wir verstehen, Haushalterschaft hat eine Grundvoraussetzung. Und die Grundvoraussetzung ist die, dass man sich bewusst wird, man verwaltet das Eigentum eines anderen. Das ist das Leben, das ist unser Körper, das ist alles, womit wir zu tun haben. Ist das Gut eines anderen, ist das Gut Gottes und wir können es nicht für uns besetzen. Aber Jesus weiß, dass die Volksmenge, die hinter ihm herkommt, diesen Irrtum im Herzen hat, das denkt, dass all diese Dinge ihnen gehören. Deshalb sagt er, es kann mir niemand nachfolgen, es sei denn, wie sagt er hier, er sagt allem ab, das er hat. Das bedeutet, er wird sich bewusst der Realität, dass ihm nichts gehört. Dann kann er es absagen, dann kann er Jesu nachfolgen, wenn er die Wahrheit erkennt und aus der Lüge herauskommt. Der Verwalter muss die Fähigkeit haben, die Aufgabe auszuführen. Er kann kein Kind sein, er kann keiner sein, dem der Verstand fehlt. Es muss jemand sein, der die Verantwortung auch gegenüber dem Eigentümer abgeben kann. So, wir wollen heute diese Alternative sehen, Gott und der Mammon. Und in Matthäus 6, von Vers 19, da finden wir mitten in der Bergpredigt die Beschreibung des Herzens. Als ich zum ersten Mal Ende 2007 herausgefunden hatte, durch Gottes Gnade, dass in unserem Herzen nur Gewinn, Indifferenz und Verlust ist. Also ich wusste, dass alles das, was wir im Leben so mitbekommen, was wir sehen, riechen, hören, fühlen, schmecken, muss Gewinn sein und der Verlust muss vermieden werden. Als mir das klar wurde, anhand der Geschichten meiner Patienten, anhand der Krankheiten der Patienten, habe ich natürlich Gott gefragt und gesagt, Herr, kann ich etwas entdecken, was nicht schon lange da ist? Kann es etwas so Wichtiges sein, wie die Entdeckung des Herzens, wie wir im Innersten unseres Daseins ticken, wie die Vorgänge vor sich gehen? Soll das nach 6000 Jahren erst zum Vorschein kommen, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat? Sicherlich nicht. Und so habe ich Gott gebetet, er soll mir doch helfen, zu sehen, wo steht das in der Bibel, dass das Herz nur aus Gewinn und Verlust letztendlich am Ende besteht, dass alles, was wir sehen und alles erleben, müssen wir in diese zwei Kategorien bzw. drei einordnen. Und so hat er mich geführt zu Matthäus 6, Abvers 19. Und dort habe ich gesehen, wie Jesus in einer ganz einfachen Weise das Herz erklärt. Aber es war für mich verblüffend, es zu sehen. Ich lese. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das heißt, der Gewinn, die Bedürfnisse, die wir haben, müssen ein Schatz sein. Im Herzen brauchen wir einen Schatz. Und dieser Schatz ist das, was entscheidend ist für unser Leben. Jeder, der einen Schatz hat, dort, wo der Schatz ist, dort ist auch das Herz. Dort leben wir. Das Herz lebt vom Schatz. Der Salomo, bei dem ich dann das Herz auch gefunden habe, wie er es beschreibt, der sagt genau dasselbe aus in Sprüche, wo er sagt in Kapitel 4, Mein Sohn, merk auf meine Worte und neige dein Ohr zu meiner Rede. Lass sie nicht von deinen Augen fahren, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und gesund ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. So das Leben und der Schatz sind identisch. Leben und Schatz kommt aus dem Herzen. Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, nur einfach ein paar Texte zu lesen, die uns das bewusst machen sollen, dass in unserem Herz ein Schatz ist. Gewinn muss dort sein, dort, wo der Schatz ist. Dort, sagt Jesus, ist auch dein Herz. Dort ist auch dein Leben. Ich lese hier Lukas 6, Abvers 44. Ein jeglicher Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn man liest nicht Feigen von den Dornen, auch so liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein boshaftiger Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn, wenn es das Herz voll ist, das geht der Mund über. So, ich hoffe, es ist uns allen klar, Gewinn ist das Ziel des Lebens. Und Gewinn ist ein Schatz. Als Jesus auf der Erde war, hat er versucht, mit unterschiedlichen Gleichnissen das Himmelreich zu beschreiben. Und er sagt, das Himmelreich ist gleich einem Kaufmann, der geht und nach Schätzen sucht. Das heißt, nach einer kostbaren Perle. Und als er diese Perle findet, da verkauft er alles, was er hat und nimmt sich die Perle. Versteht ihr? Der höhere Gewinn ist mehr als das, was man hat. Als er diesen Schatz findet, ist ihm all das, was er bisher hatte, Verlust. Er kann es weggeben, damit er diesen Schatz ergreift. Da ist ein anderes Gleichnis, wo er sagt, das Himmelreich ist gleich einem Mann, der in einem Acker einen Schatz findet. Und als er ihn gefunden hat, deckt er alles wieder zu, geht hin, verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Weil in dem Acker ist der Schatz. Ihr seht, es ist immer dasselbe Prinzip, derselbe Grundsatz. Alles wird um des Schatzes willen aufgegeben. Das Himmelreich muss ein Schatz sein. Sonst sucht es ja niemand. Wenn die Botschaft des Evangeliums nicht ein Schatz ist für den Menschen, dann wird niemand ihm je nachgehen. Weil wir sind gemacht worden für den kostbarsten Schatz. Und wenn wir das Himmelreich, diesen Schatz, die Perle oder den Schatz im Acker gefunden haben, dann haben wir den größten Schatz gefunden, für den es sich lohnt, alles, was dahin ist, aufzugeben. Paulus erklärt es so in Philippa 3, wo er schreibt und sagt, ich achte alles für Verlust, für Kot, damit ich Christus gewinne. Alles ist mir ein Schaden geworden, im Gegensatz zu Christus. Als er den Schatz gefunden hat, seines Lebens, dann lässt er alles und folgt dem Schatz nach. Weil der Schatz ist das Leben. Und wir kennen auch die Geschichte vom reichen Jüngling. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und er sucht das Himmelreich und Jesus sagt, gib alles, was du hast, damit du einen Schatz im Himmel hast und komm und folge mir nach. Der reiche Jüngling konnte den Schatz nicht geben, weil er sah nicht die Kostbarkeit der Perle, die ihm Jesus anbot. Sein Schatz war für ihn kostbar. Er sah nicht, dass sein Schatz Verlust war gegenüber dem Schatz, den Christus ihm anbot. Und so ging er traurig davon. Ich hoffe, wir haben diesen einen und ersten Punkt verstanden. Ich habe ihn schon versucht, in den letzten drei Stunden immer wieder zu erklären, das Himmelreich muss ein Schatz sein. Wenn es kein Schatz ist, dann wird niemand danach suchen. Und deshalb müssen wir wissen, wie kommen wir zu diesem Schatz. So, lesen wir weiter in Matthäus, Kapitel 6. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz, da ist auch euer Leben. Das ewige Leben hat Jesus immer mit dem himmlischen Schatz verglichert gesagt. Dann hast du einen Schatz im Himmel, reiche Jüngling, und dann lebst du ewig. Das Auge ist das Leibeslicht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, wie sieht das aus? Wenn wir Gott dienen, das heißt, wenn unser Vertrauen auf Gott steht. Ich möchte dieses Wort dienen ein bisschen erklären. Dienen bedeutet Abhängigkeit. In wenig Vertrauen, von dem bin ich abhängig. Bin ich von Gott abhängig, vertraue ich Gott. Bin ich von der irdischen Schatz abhängig, vertraue ich dem irdischen Schatz. So, wenn ich von Gott abhängig bin, dann weiß ich, der Schatz kann man nur erreichen, durchgeben. Alle Mittel, die man von Gott hat, gibt man. Und dann folgt daraus ein Schatz. Jeder bringt aus dem guten Schatz seines Herzens etwas hervor. Und er gibt es. Und durch das Geben wird er reich. Der reiche Jüngling wäre der reichste geworden, hätte er gegeben, die Güter, die die Mittel waren, seiner Haushalterschaft. Verlust wäre, es zu behalten. Der reiche Jüngling behält es. Und er geht verloren. Er bleibt mit seinem irdischen Schatz, der ihn nicht am Leben erhalten kann. Weil gleichzeitig mit dem Verlust seines irdischen Schatzes ist auch er kaputt. Und daraus folgen dann die Entscheidungen. Sind wir mit Gott? So sagen wir Ja und Nein. Und kennen den Unterschied zwischen einem Schatz und einem Nichtschatz, einem Gewinn und einem Verlust. Und wie wir dahin kommen, ist uns bewusst. Wir suchen nicht nach einer Erkenntnis, wie wir letztes Mal gesehen haben. Und wir suchen nicht nach Dingen, die wir wissen, darin ist kein Wert zu finden. Es ist unnötige Information. Es ist Information, die nicht hilfreich ist, weil sie kein Gewinn und keine Freude in sich trägt, die ewig ist. Dann ist der Luzifer. Luzifer steht für den Mammon. Nicht nur Geld ist Mammon. Alles, auf was wir vertrauen, außerhalb von Gott, ist der Mammon. Wenn man sich auf den Mammon verlässt, das heißt auf Geld, auf Häuser, auf die Mitte letztendlich, die wir haben, zur Haushalterschaft, dann wollen wir natürlich immer bekommen. Und wir bekommen nicht genug. Und dann können wir ja nicht verhindern, dass wir nicht bekommen, wenn uns jemand nicht gibt, was wir erwarten. Und dann sind wir in einer Not. So, es gibt nur diese zwei Alternativen. Entweder man ist abhängig und dienen heißt hier Abhängigkeit. Man muss sich nach jemandem richten. Wir Menschen, alles, was Gott geschaffen hat, ist abhängig. Es kann nicht unabhängig sein. Und durch die Abhängigkeit ist es klar, dass von wem wir uns abhängig machen, der ist unser Gott. Dem dienen wir. Wem wir vertrauen, sind wir im Dienst. Den, von wem wir Anerkennung erwarten, dessen Diener sind wir. So einfach ist es. Alles konzentriert sich immer auf diesen ersten Punkt. Wem wir vertrauen. Und wir können nicht beiden gleichzeitig vertrauen. Entweder sind wir getrennt von Gott und dienen dem Mammon. Das sagt der Text. Oder wir sind an Gott gebunden und getrennt von Mammon. Das grundsätzlich. Das in einer gewissen Situation. Es geht nicht um ständig. Ja, wenn wir eines Tages völlig überwunden haben, den Irrtum unseres Herzens, dann sind wir ganz in Gott und dann haben wir mit dem Mammon nichts mehr zu tun. Dann sind wir von ihm endgültig getrennt. Aber es geht um ein und die, in einer gewissen Situation, in die wir hineinkommen, können wir uns entweder nach Gott richten oder nach dem Mammon. Entweder nach der Wahrheit oder nach der Lüge. Es gibt keine zwei gleichzeitige Wege. Und es gibt nur zwei Wege. Entweder der eine gehen wir oder den anderen in der Situation, in die wir kommen. Als der reiche Jüngling vor die Wahl gesetzt wurde, musste er wählen, verlässt er sich auf Gott und gibt, damit er gewinnt, oder verlässt er sich auf den Mammon und denkt, wenn er nicht bekommt, dann hat er Verlust und er behält die Mittel und dann geht er natürlich verloren. So, es gibt nur diese zwei Alternativen. Wir können nicht dienen der Wahrheit und der Lüge in derselben Sache gleichzeitig. Wir mögen Dinge haben im Leben, wo wir immer noch an der Lüge hängen und andere, wo wir an der Wahrheit hängen. Aber wo wir uns einmal an die Wahrheit gebunden haben, da lassen wir nicht mehr los. hoffe ich. Zumindest ich in meiner Erfahrung, die mir Gott geschenkt hat nach meiner Bekehrung, so lasse ich nicht los von dem Nehmen von Gott, dort, wo ich es schon habe, wo Gott mein Schatz geworden ist. Aber ich habe noch viele Bereiche, wo ich hier noch nicht getrennt bin und wo ich noch gar nicht weiß und Gott durch die Umstände des Lebens mir sie offenbaren muss. So, schauen wir uns die Situation an. Wir werden über das Auge das, was bestimmt letztendlich, welchen Schatz wir nehmen in unserer nächsten Lektion sehen, weil das Auge bedarf einer ausführlichen Erklärung, dass wir verstehen, was macht uns, dass wir entweder dem einen vertrauen oder dem anderen. Weil das ist das Entscheidende. Dieses Auge, von dem Jesus spricht, das Auge ist des Leibes Licht und wenn dieses Auge einfällt oder gesund ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Dann weißt du und kennst dich selbst, weißt, was du tust, warum du es tust, für wen du es tust. Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein. Das wollen wir betrachten in der nächsten Stunde. Aber schauen wir uns noch einmal an, was hat mich fasziniert, als ich entdeckte, dass unser Herz nur zwischen Gewinn und Verlust agiert und wir einen Schatz brauchen. Warum werden die Menschen krank? Weil die Menschen müssen an jemandem hängen. Sie müssen und brauchen einen Schatz. Sie müssen irgendwo vertrauen. Und es gibt nur zwei grundsätzliche Dinge, denen wir vertrauen können. Einem himmlischen Schatz und einem irdischen. Was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Und ich denke, der Unterschied ist ganz deutlich. Der eine ist vergänglich. Vergänglichkeit. Und wenn der Schatz vergänglich ist, solange ich ihn habe, bin ich gesund. Aber wenn ich ihn verliere, dann entsteht die Krankheit im Körper. Ihr seht, Jesus sagt so. Er sagt nicht, ihr sollt euch keine Schätze sammeln. Nein. Er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben können und stehlen. So, die Sache ist die, kann man dir den Schatz wegnehmen, dann nimmt man dir das Leben. Und so ist es in der Realität. Die Krankheit entsteht, weil ein lieber Mensch stirbt. Weil Jesus sagt, ihr könnt mir nicht dienen. Es sei denn, ihr habt verstanden, dass euch der Vater und die Mutter nicht gehört. Es sei denn, ihr habt verstanden, ihr könnt nicht anhänglich sein an euren Eltern. Alles, was vergänglich ist und wir vertrauen ihm und hängen uns da dran, ist unser Schicksal. Weil spätestens, wenn der Schatz verloren geht, erkennen wir, dass wir auf Sand gebaut haben. Dass wir auf etwas gebaut haben, was nicht Ewigkeitswert hat. Dann haben wir gearbeitet, dann haben wir getan, für Mutter, für Vater, für wen auch immer. Und wir werden mit diesem Schatz verloren gehen. Menschen sehen in ihren Beziehungen den größten Schatz. in der Beziehung sieht der Mensch den größten Schatz, weil er denkt, dort holt er seine geistigen Bedürfnisse heraus. Und das stimmt schon. Wir brauchen Beziehungen, um die geistigen Bedürfnisse zu stillen. Wir müssen nur wissen, wie und welcher Zweck sie haben und wie sie funktionieren. Aber wenn ich die Beziehung nehme als Schatz, und wir Deutsche sagen ja zum Partner Schatz, und es mag ja sein, dass er ein Schatz ist, aber wenn ich ihn als Schatz verstehe für mich und nicht ein himmlischer Schatz sehe, dann bin ich spätestens, wenn dieser Schatz weggeht, verloren. Alle Geschichten meiner Patienten drehen sich um einen vergänglichen Schatz. Wer seinen Schatz nie verliert, kann nicht krank werden. Kann nicht krank werden. der Verlust des Schatzes führt zur Krankheit. Und ich kann euch viele und viele Geschichten erzählen von Menschen und von Schicksal, wo es immer darum geht, dass man sein Leben an etwas unbewusst hängt, was dann, wenn der Schatz weg ist, man verloren ist, weil man verliert das Leben. weil wir brauchen einen Schatz. Aber wenn wir den Schatz in einem Mittel sehen, wenn wir den Schatz in etwas Irdischem sehen, in Vater, Mutter, Kinder, Frau, wen auch immer, oder im eigenen Leben, dann ist dieser Schatz vergänglich, dann kommt der Mensch in Angst, weil er kann ja diesen Schatz nicht festhalten. wer seinen Schatz nicht festhalten kann, der ist und baut auf Sand. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. So, Jesus versucht es ganz physisch, ganz praktisch zu machen und in Lukas macht er es auf der Beziehungsebene, aber er bezieht auch die Haben-Ebene ein, indem er sagt, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absaget allem, das er hat, kann nicht mein Haushalter sein, weil er ist sich nicht bewusst, dass wenn sein Schatz geht, er mitgeht. Das ist das Schöne, wenn ich Menschen habe, die meinen, sie sind unabhängig und sie brauchen keinen Gott und sind nicht verbunden mit irgendeiner Person, wenn sie dann eine liebe Person, die sie als Schatz haben, verlieren, dann werden sie krank, weil sie können nicht leben, sie sehen sich verloren auf dieser Welt, weil sie brauchen einen Schatz, jeder muss einen Schatz haben, es kann keiner ohne Schatz leben, der einzige Unterschied ist, der Schatz darf nie verloren gehen, deshalb haben wir ein Nein, aber können wir das Nein nicht verhindern, kann man uns den Schatz stehlen, können die Motten ihn fressen, können der Rost ihn kaputt machen, dann können wir Verlust nicht vermeiden, für das wir ein Nein haben, und dann sind wir kaputt, dann zerstören wir uns selbst, deshalb müssen wir jetzt uns bewusst werden, dass wir arbeiten für einen unvergänglichen Schatz, ich will reich werden, ich gestehe es, und ich denke, es ist nichts verwerfliches, weil Gott hat mich gemacht, dass ich reich werde, aber in einem unvergänglichen Schatz, den mir niemand nehmen kann, und das ist das, was ich tue, was ich weitergebe, kann man mir nie nehmen, meine Taten, das, was ich genommen habe aus Gott, und weitergegeben habe, die Mittel, alle Mittel, die ich gebe, kommen nicht von mir, einverstanden, alle Mittel, die ich gebe, ob es das Leben ist, ob es die Arbeitskraft ist, ob es die Zeit ist, nichts ist mein, aber je mehr ich es investiere, je mehr ich arbeite, je mehr ich es tue, zu Gottes Zweck, und erfülle dadurch meinen Zweck, mir kann niemand den Schatz nehmen, und das ist der himmlische Schatz, alles, was wir tun, aus Gott heraus, und das sind ja alle seine Mittel, und wir geben es, ob es das Haus ist, ob es das Auto ist, ob es der Computer ist, ob es die Kleider sind, alles, was wir sind und haben, muss gegeben werden, und jeder, der das tut, dem kann sein Schatz nie verloren gehen, Jesus hat es so schön und deutlich gemacht, beim reichen Jüngling, gib es her, alles, was du hast, von deinem Vater genommen, von Gott, dem Eigentümer aller Dinge, und du wirst einen unvergänglichen Schatz haben im Himmel, weil das, was du gegeben hast, kann dir niemand nehmen, das, was du bekommst, das, was du hast als Mittel, kann dir zu jedem Zeitpunkt genommen werden, und du hast keinen Einfluss darauf, die Frau kann einem genommen werden, das Kind kann einem genommen werden, das Auto kann einem genommen werden, alles, alle Mittel, die wir haben, können uns genommen werden, aber das, was wir getan haben damit, das, was wir genutzt haben, die Dinge, die wir gegeben haben, unsere eigenen Taten, die wir aus Gott heraus tun, kann uns niemand nehmen, deshalb konnte Jesus durchs Leben gehen, mit seinem himmlischen Schatz, und niemand konnte ihn von seinem Vater trennen, und niemand konnte ihn dadurch je krank machen, das heißt, er konnte nie versucht werden, sich selbst krank zu machen, weil er nie gesucht hat nach einem irdischen Schatz, und den himmlischen Schatz, da kann niemand nachgraben, da kann uns niemand was wegnehmen, weil er ist in Gott getan. Ich hoffe doch, dass wir alle reich werden wollen. Ich bin so dankbar für den Job, den Verwaltungsjob, den mir Gott gegeben hat. Es ist eine Arbeit, die ich liebe. Ich bin da als Arzt, um das Leben irgendwie zu erhalten, obwohl ich ja kein Leben wirklich in meiner Hand habe, aber ich habe einen Auftrag bekommen, zu dienen meinen Mitmenschen. Die Liebe soll mich bewegen, es zu tun. Liebe bedeutet, ich tue es nicht für mich. Ich tue es aus Gott für meinen Mitmenschen oder für die Welt, wozu mich Gott gemacht hat, weil Gott hat mir ja einen Zweck gegeben, zu tun etwas für die anderen. Ich tue es aus ihm heraus, ich tue es in seinem Auftrag. All das ist ein ewiger Schatz. Die Liebe schaut nicht auf die Uhr. Ja, ich bin zeitlich begrenzt, aber gibt es ein Gespräch mit einem Patienten, das vielleicht auch länger dauern muss, dann geht die Liebe diesen Schritt, sie geht diesen Weg. Patienten fragen sich häufig und sagen, wieso nehmen sie sich so viel Zeit? Und wenn sie dann auch noch hören, dass ich das gar nicht abrechne mit der Krankenkasse, weil ich es gar nicht abrechnen kann und weil ich es auch mit der privaten Kasse nicht abrechne, weil ich sage, es muss Liebe sein, was ich tue. Ich will meinen Lohn nicht hier auf Erden haben. Ich will mein Dankeschön nicht von meinen Patienten bekommen. Ich will mein Dankeschön bekommen. mein Lob, meine Anerkennung von meinem Arbeitgeber, der sagen soll, gut getan, mein lieber Sohn, gut getan. Du hast gehandelt wie ich in Liebe und Gerechtigkeit. Du hast nichts von dir zurückgehalten. Du hast es gegeben. Nicht meine Zeit, es ist Gottes Zeit. Ich habe kein Mittel, Nahrung und Wasser habe ich, damit ich es trinke, um fähig zu sein und zu dienen. Die Werkzeuge, die Zeit, die Erkenntnisse, das sind Werkzeuge, die uns Gott zur Verfügung gibt, die haben wir doch nicht, um sie zu behalten, sondern um sie zu geben. Die Zeit ist nicht mein. Mir kann niemand Zeit stehlen. Mir kann sie niemand rauben, weil sie gehört ja nicht mir, aber dadurch, dass ich sie nutze, um sie zu geben, zu der Haushalterschaft, zur Haltung des Lebens, dann ist das ein Schatz im Himmel. Die Beziehungen mit meiner Frau, mit den Kindern, mit den Patienten, überall Beziehungen, die ich aufbaue, sie sind nicht da, damit ich daraus nehme, sondern sie sind da, damit ich gebe, damit die Kraft Gottes weiterkommt, dass man gemeinsam tut, was Gott gerufen hat, zu tun. Wir sind nicht da, um uns gegenseitig voneinander zu nehmen. Wir sind da, um zu handeln miteinander. Der Appetit, die Leidenschaft, die Sexualität, die nur in die eheliche Beziehung hineingehört, ist uns gegeben, damit die Beziehung auch Frucht bringt, damit man gemeinsam sieht, man ist zusammengekommen, um zusammen das Werk zu tun, die Verhaltung des Lebens zu erreichen. Das Leben, das wir haben, die Luft zum Atmen, all das sind Mittel, damit wir sie alle geben. Der Mammon, der Irrtum kommt und sagt, behalte es, sammle die Dinge, halte sie alle zurück, sammle, behalte, fest, gar nicht loslassen, behalte alles, was du hast, du kannst doch nicht weggeben, es geht dir doch verloren. Der Mammon ist nicht, weil im Mammon irgendetwas gibt, der Mammon ist nur, dass wir die Mittel Gottes für uns nutzen, das heißt, wir halten sie zurück, das ist der Irrtum, in den wir glauben und wir machen auch aus der Beziehung zu Gott einen Zweck, wie ich das letztes Mal gesagt habe und immer wieder wiederholen werde, weil wir müssen es verstehen, ein Mittel ist nie ein Zweck, eine Beziehung ist nie ein Zweck, ob es die Beziehung zu Gott ist oder Beziehung zu unseren Mitmenschen, die Beziehung sind immer nur Mittel, um das hier zu erhalten. Es geht um das Erhalten des ganzen Erden, die hat er uns gegeben zum Verwalten. Und Gott wird zur Rechenschaft ziehen, sagt er in seinem Wort alle, die diese Erde zerstört haben. Wenn wir die Erde haben, um zu raffen für uns und nicht wir sind für sie da, sodass der Kreislauf des Gesetzes stattfinden kann, dann ist klar, dann geht alles zugrunde. Wir müssen wählen zwischen Gott und dem Mammon. Der Mammon ist nichts anderes als das Behalten, das Sammeln und das Festhalten der Mittel Gottes. Deshalb sind die Menschen habsüchtig. Deshalb sammeln sie die Materiellen und die Beziehungen, weil sie wollen sie festhalten. Aber Gott sei Dank, dass Salomo schreibt, eine Doktorarbeit über das, was Gewinn ist und Verlust. Und Salomo hatte denselben Fehler gemacht, den er dann am Ende seines Lebens, seines Studien dahin kommt und sie versteht. Er sagt hier im Prediger im ersten Kapitel ab Vers 1, sie sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Was ist eitel? Verlust, Vergänglichkeit. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Und dann geht los über zwölf Kapitel, erzählt er, dass es keinen Gewinn gibt unter der Sonne und kommt am Schluss dahin und sagt sogar des Bücherschreibens ja, die geistlichen Dinge, Leute lesen manchmal tausende von Büchern und denken, sie kommen weit. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger ganz eitel. Im letzten Kapitel Vers 8. Der selbige Prediger war nicht alleine weise, sondern lehrte auch das Volk gute Lehre und merkte und forschte und stellte viele Sprüche. Er suchte, er fände angenehme Worte und schrieb recht die Worte der Wahrheit. Die Worte der Weisen sind Stacheln und Nägel, sie sind geschrieben durch die Meister der Versammlungen und von einem Hirten gegeben. Ja, es sind die Worte Christi. Hüte dich, mein Sohn, das ist das Ende, vor anderen mehr, denn viel Bücher machen, es ist kein Ende, und viel Studieren macht den Leib müde. Lasset uns die Hauptsumme aller Lehren hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, das Verborgene ist, er sei gut oder böse. In diesem Sinne wollen wir nach dem Schatz suchen, bei dem wir am Ende nicht sagen sollen, es ist alles Eiter, es war alles umsonst, wo wir sagen können, es hat alles Sinn gemacht, es war Gewinn, ewiger Gewinn. Amen.